Aber das ist genau das, wo ich dann manchmal das Gefühl habe, alles Rondomie ist ein einziges Zeugenschutzprogramm. Kennst du das Gefühl? Hast du das auch? Noch nicht. Echt? Ganz ehrlich, überlege ich mal. Der letzte Handwerker, der bei dir war. Oide. Ja, genau der. Estrich. Ja. Der Alpenhauptkamm ist eben im Vergleich. Sagst du das? Ein sehr gutes Beispiel. Also der letzte Handwerker, der bei dir war. Oder auch bei Ihnen. Glauben Sie wirklich, dass der das auch irgendwann einmal gelernt hat, was der da macht? Zwei Wochen vorher, oder wahrscheinlich nur als Grundsäge gegen so organisierte Verbrechen ausgesagt. Politik. Ja, zum Beispiel. Und dann, ne? Neuer Name, neue Anschrift, neuer Beruf, neues Aussehen. Nicht so adrett, ein bisschen verschlutert, aber unauffällig. Und jedes Mal, wenn ich dann jemanden sehe und merke, der hat wirklich keine Ahnung von dem, was der da kommt, macht. Dann weiß ich, Zeugenschutzprogramm fix. Also der Typ, der bei der ÖBB die Vorpläne macht. Zeugenschutzprogramm fix.